Los, kommt rein! Danke für die Einladung! Entschuldige. Ich weiß ja, dass du immer sehr beschäftigt bist. Schon gut, ich freue mich über Besuch. Oh, da ist ja Kaide-chan! Ah, Mahiru-chan! Schön, dich zu sehen! Und wer ist das? Hallo, Mahiru-chan! Schön, dich wiederzusehen! Wer ist denn das? Aber ich bin's doch, Momiji! Wir haben uns doch schon kennengelernt! Aber natürlich wusste ich doch! Du hast heute ein Kleid an und siehst so anders aus, deshalb habe ich dich nicht erkannt! Das ist meine Schuluniform. Ich komme ja gerade von der Schule. Ja, tut mir leid. Ich hätte Bescheid geben sollen, dass ich sie mitbringe. Du weißt, dass ich nicht gern allein bin. Ja, das weiß ich. Aber du weißt auch, dass ich für den Test lernen muss, oder nicht? Ja. Tja, dafür gibt es wohl nur eine Lösung. Ich habe eine Bitte an dich, Mahiru-chan. Könntest du Momiji vielleicht mit in dein Zimmer nehmen? Hä? Mit in mein Zimmer nehmen? Ja, klar! Wartet eine Sekunde! So, komm doch rein! Und dann? Ja.